Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. In diesem Video wollen wir mal schauen, wie sich das neue Sony Xperia Z1 Compact im Quadrant Standard und im Antutu Benchmark so schlägt und zu guter Letzt wollen wir es dann auch noch im Geekbench 3 Benchmark mit dem iPhone 5S vergleichen. Vorab natürlich wie immer das übliche, ich habe das Z1 Compact und auch das iPhone 5S eben neu hochgefahren und wir haben bei beiden Geräten keinerlei laufende Apps. Ich zeige euch das nur schnell hier beim Xperia Z1 Compact, denn mit dem fangen wir an. Wir starten mit dem Quadrant Standard Benchmark. Warum habe ich hier nicht direkt schon das iPhone 5S daneben? Na, Quadrant Standard und Antutu gibt es zumindest in keiner gleichwertigen Version für iOS. Deshalb haben wir hier zu Beginn erstmal das Xperia Z1 Compact alleine. Entschuldigt bitte. Was gibt es zum Prozessor zu sagen? Ihr wisst es, wir haben hier den Qualcomm Snapdragon 800, ein Quad-Core-Prozessor mit 2,2 GHz je Kern und 2 GB Arbeitsspeicher in einem sehr, sehr kleinen Gehäuse oder vergleichsweise kleinen Gehäuse. Das klingt vielversprechend. Außerdem haben wir hier in Anführungszeichen nur eine HD-Auflösung. Reicht natürlich meiner Meinung nach für diese Display-Diagonale. Trotzdem für die Benchmark sollte das ganz gut sein, weil die GPU eben nochmal weniger rendern muss. Ja, sind wir gespannt. Das ging auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schnell und ich hoffe, ihr könnt es sehen. Wir haben hier 20.888 Punkte. Definitiv ein sehr, sehr ordentlicher Wert für den Quadrant Standard Benchmark. Sieht man, denke ich, in der Grafik auch ganz gut. Das war es schon mal vom Quadrant Standard. Und weiter geht's im AnTuTu Benchmark. Ich wollte euch nur mal schnell zeigen, was hier steht. Sony Xperia Z1 Mini. Also das Compact scheint anscheinend schon in deren Datenbank geführt zu werden. Leider aber unter falschem Namen. Naja, wollte ich euch nur mal schnell gezeigt haben. Wir klicken hier direkt auf Test und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Ihr wisst es, der AnTuTu Benchmark braucht immer etwas länger. Währenddessen vielleicht ein paar Worte zu meinem Ersteindruck vom Sony Xperia Z1 Compact. Nun, ich muss sagen, die Verarbeitung gefällt mir wie schon beim Xperia Z1 ziemlich gut. Dieser Aluminiumrahmen wirkt einfach total hochwertig. Ansonsten haben wir ja auf der Vorder- und auch auf der Rückseite Glas. Ich habe gemerkt beim Unboxing, es gibt so eine Diskussion, ob die Rückseite auch aus Glas besteht oder ob das Kunststoff ist. Meiner Meinung nach ist es definitiv Glas. Es wirkt aber teilweise wie Kunststoff, weil eben eine Schutzfolie da ab Werk drüber ist. Das war aber beim Xperia Z1 schon ähnlich. Außerdem ist es meiner Meinung nach einfach zu kühl für Kunststoff. Aber ja, es wurde ja auch von einigen Sony-Support-Mitarbeitern schon bestätigt, dass das Mineralklas ist. Genauso wie beim Xperia Z und beim Z1 auch schon. Nun ja, so vielleicht ein paar Worte zum Material, weil also die Verarbeitung gefällt mir definitiv schon mal gut und die Haptik auch. Was sie aber Gott sei Dank endlich verbessert haben, ist das Display. Was heißt endlich, beim Xperia Z Ultra zum Beispiel war ja die Blickwinkelstabilität auch schon super, weil wir eben einen IPS-Panel hatten. Hier haben wir wieder einen IPS-Panel, aber beim Z1 eben war es ja ziemlich schade, weil es einige Modelle gab, bei denen die Blickwinkelstabilität nicht so toll war. Mein Testgerät war eines davon. Aber ich muss sagen, hier gefällt mir das jetzt ziemlich, ziemlich gut. Das Display allgemein, ich habe es ja vorher schon angedeutet, die HD-Auflösung reicht meiner Meinung nach absolut aus. Das Gerät liegt auch ganz gut in der Hand, so vom Ersteindruck her. Ich finde allgemein, dass man etwas zu viel Platz hier verschwendet hat. Ich halte euch jetzt einfach mal schnell das iPhone 5S daneben, damit ihr das sehen könnt. Wie gesagt, hier haben wir ja 4 Zoll, wobei wir eben beim Xperia Z1 Compact die Onscreen-Tasten haben, die ja auch effektiv wieder Platz wegnehmen. Ich finde einfach, man hätte bei der Größe auch locker noch ein 4,5 Zoll Display verbauen können, dann eben mit Onscreen-Tasten. Aber dann hätte man hier unten eben nicht zu einem breiten Rand, zu einem breiten Rahmen. Aber nun gut, vielleicht ist das auch überhaupt noch nicht möglich. Wie gesagt, das ist ja eines der ersten vergleichsweise kleinen Smartphones mit absoluter High-End-Hardware. Vielleicht muss man da noch warten. Aber ansonsten, das ist mir eben so größentechnisch aufgefallen. Klar, es ist deutlich handlicher als das Z1, aber meiner Meinung nach wäre da noch etwas mehr drin gewesen. Das waren jetzt ein paar Ersteindrücke vom Sony Xperia Z1 Compact. Ich muss natürlich noch viel testen, wie zum Beispiel die Kamera, die Displayhelligkeit, die Akkulaufzeit und so weiter. Darauf werde ich dann natürlich im finalen Review eingehen. Aber ich kann schon mal verraten, der Ersteindruck von allem ist wirklich ziemlich gut. Ich denke, das kam jetzt auch relativ gut rüber. Wir wollen mal schauen, der AnTuTu Benchmark sollte gleich fertig sein. Und dann wollen wir mal schauen, welchen Wert wir hier geschafft haben. So ist es. Wir sind fertig und haben jetzt auf 34.246 Punkte gebracht. Ihr seht, das Galaxy Note 3 schafft ungefähr auch so viel. Sieht man ganz gut an dieser Grafik hier. Aber da haben wir eben auch den QSD 800 nochmal etwas höher getaktet. Wir haben 3 GB RAM. Insofern ist das meiner Meinung nach ein absoluter Topwert für das Sony Xperia Z1 Compact. Und zu guter Letzt schauen wir uns jetzt eben auch noch den Geekbench 3 Benchmark an. Und hier haben wir eben auf der rechten Seite das iPhone 5S. Meiner Meinung nach der Hauptkonkurrent des Xperia Z1 Compact. Eben einfach wegen der Größe. Ein paar Worte zur Hardware des iPhone 5S. Die meisten sollten es wissen. Wir haben hier den Apple A7 Dual-Core-Prozessor mit 1,3 Gigahertz je Kern. Außerdem 1 GB Arbeitsspeicher und natürlich diese 64-Bit-Architektur. Ansonsten natürlich iOS 7.0.5. Bevor wir jetzt anfangen, zeige ich euch nur noch schnell. Wir haben natürlich bei beiden Geräten nur den Geekbench 3 Benchmark geöffnet. Ihr habt es gesehen und dann würde ich sagen, klicken wir direkt hier auch schon auf Run Benchmark bzw. Run Processor Benchmark. Geekbench 3 finde ich allgemein ganz gut, weil er eben zwei Ergebnisse liefert. Zum einen den Single-Core-Score, zum anderen den Multi-Core-Score. Beim Multi-Core-Score sollte natürlich das Xperia Z1 Compact die Nase vorne haben, eben weil wir hier vier Kenne haben und hier nur zwei Kenne. Aber ich glaube, ihr wisst, gerade im Single-Core-Score hat der Apple A7 schon immer ganz gute Ergebnisse gezeigt. Insofern wird das jetzt hier auch wieder ganz interessant. Es wird übrigens auch noch ein ausführlicher Vergleich zwischen diesen beiden Geräten kommen, eben einfach, weil ich denke, dass das ziemlich wichtig ist, weil ich sehr viele kenne, die vorher ein iPhone genutzt haben und jetzt überlegen sich ein Z1 Compact zu kaufen, eben einfach wegen den Abmessungen. Das 5S ist fertig. Ihr seht es, wir haben hier im Single-Core-Score 1415 und im Multi-Core-Score 2564 Punkte und ist es dann wirklich genauso, wie ich es eben gesagt habe. Im Single-Core-Score kann das Xperia Z1 Compact nicht ganz mithalten. Dafür ist es im Multi-Core-Score mit 2695 Punkten eben sogar nochmal besser als das iPhone 5S. Ja Leute, was lässt sich jetzt abschließend sagen? Wie eigentlich alle Smartphones mit dem Qualcomm Snapdragon 800 schlägt sich natürlich auch das Xperia Z1 Compact in den bekanntesten Benchmarks super. Das sind aber eben alles nur Benchmarks. Es gibt wichtigere Dinge, vor allem die Alltags-Performance und wie das Z1 Compact diesbezüglich abschneidet, das klären wir dann natürlich spätestens im finalen Review. In diesem Sinne hoffe ich, wie immer das Video hat euch gefallen, bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschau, bis zum nächsten Mal.